Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Waldrunde und zu einer weiteren Auwalderkundung. Ich befinde mich jetzt wieder in dem Habitat von gestern. Gestern hat man ja dieses ganz ganz tolle Werpel- und Käppchenlorchelhabitat entdeckt. Auch die Scheibchenlorchel kommt hier vor. Ja, mir ist gestern so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Ich konnte das Habitat nicht vollständig erkunden und das wird heute natürlich nachgeholt. Und ich bin schon ganz 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 gespannt, was mich hier noch alles erwartet. Ja, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir ab noch ein, zwei so Stellen mit Werpeln und Käppchenlorcheln treffen. Ich bin guter Dinge, freue mich auf die Waldrunde und würde mich natürlich freuen, wenn es mich begleitet. Also, legt mal los und hofft mal auf den ein oder anderen weiteren schönen Fund hier in diesem ganz ganz tollen Auwaldabschnitt. Ja, und los soll die Tour heute gehen mit dieser wunderschönen Käppchenlorchel. Ich kann mich wieder mal nicht satt sehen. Schaut mal, wie schön die da steht. Ja, und wie es jetzt auch noch von der Sonne angeleuchtet wird, schöner geht es doch wirklich nicht. Ja, und die werde ich mir jetzt dann gleich schnappen und ganz ganz viele Detailaufnahmen machen, inklusive Schnittbild. Ja, und ich denke, ich werde mir auch eine von den böhmischen Werpeln holen. Und dann können wir nochmal Vergleichsaufnahmen machen und im Detail nochmal auf die Unterschiede zwischen Käppchenlorchel und böhmischer Werpel eingehen. Die beiden Arten sind sich ja doch relativ ähnlich, zumindest, wenn man nicht genau weiß, worauf man achten muss. Ja, das machen wir jetzt auf alle Fälle. Ich schnappe mir die Käppchenlorchel, mache meine Detailaufnahmen, dann schnappe ich mir eine Werpel und dann gibt es den direkten Vergleich. Und dann schauen wir hier rum, was sich hier sonst noch so zeigt. Ich bin schon sehr gespannt, was sich in diesem tollen Habitat noch alles versteckt. Ja, wir haben ja gestern gesehen, dass hier diese Käppchenlorcheln und böhmischen Werpeln gemischt wachsen. Und die wachsen eben bei den Pappeln. Wie gehe ich denn jetzt also vor, um weitere Habitate zu erschließen bzw. zu finden? Ja, ganz einfach. Ich gehe von Pappel zu Pappel und schleiche einfach um die Pappeln rum. Und schaue einfach, ob sich eine Werpel zeigt, ob sich eine Käppchenlorchel finden lässt oder welche Arten sich sonst noch so zeigen. Ja, da vorne haben wir nämlich die nächste große Gruppe mit Pappeln, die ich gestern nicht mehr kontrolliert habe. Ja, und da schauen wir jetzt auf alle Fälle hin und hoffen, dass es mit weiteren schönen Funden klappt. Drückt es vielleicht ein bisschen die Daumen. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut es mal. Man weiß in dem Habitat nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Ich habe eine neue Stelle mit böhmischen Werpeln entdeckt. Hier eine richtig schöne, große, dicke böhmische Werpel. Da drunter eine nicht ganz so dicke, aber mindestens genauso schöne, knackfrische böhmische Werpel. Ja, und jetzt passt es auf, das absolute Highlight. Ein Zwillingsfund von der böhmischen Werpel. Schauen die nicht toll aus? Schöner geht es doch wirklich nicht mehr, oder? Ja, und diese eine böhmische Werpel hier, wird man es vorsichtig schnappen. Und mit der wird man dann im direkten Vergleich mit der Käppchenmorchel drehen. Ja, es macht einfach Spaß, hier unterwegs zu sein. Es ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen. Ja, und der Inn macht seinem Ruf als Morchel- und Werpelfluss der Nation wieder mal alle Ehre. Ja, und hier auf diesem Stück Totholz wächst jetzt nochmal ein Faserling. Ja, und ich habe es ja schon mal erklärt, im Auwald, im Frühling, ein Faserling, das ist fast immer der frühe Faserling. Da gibt es natürlich ein paar sehr, sehr ähnliche Verwechslungspartner, die man, wenn man es genau wissen will, mikroskopisch ausschließen muss. Aber, ja, ich würde sagen, 90-95% von den Faserlingen mit den Farben in der Größe im Auwald, im Frühling, dürften die frühen Faserlinge sein. Ja, und wer mehr über den frühen Faserling wissen möchte, der kann sich gerne das Pilzporträt zur Art anschauen. Das haben wir vor ein, zwei Wochen veröffentlicht. Ich verlinke es euch bei Interesse in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir nur noch zum direkten Vergleich von der Käppchenmorchel und der böhmischen Werpel. Ja, und wenn wir uns jetzt nur auf das Kopfteil konzentrieren, könnt ihr erkennen, wer hier die böhmische Werpel ist und wer die Käppchenmorchel? Ja, ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Die Farbe ist relativ identisch, die Struktur ist zumindest ähnlich. Ja, und gerade bei älteren böhmischen Werpeln und jungen kleinen Käppchenmorcheln ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Rechts haben wir hier nämlich die Käppchenmorchel, links die böhmische Werpel. Wie man sehen kann, das Kopfteil ist zumindest auf den ersten Blick oder für unerfahrene Sammler relativ identisch. Im Prinzip kann man sich aber merken, Käppchenmorchel, typische wabenartige, löchrige Struktur und bei den böhmischen Werpeln eher eben diese typische runzelige Struktur, wobei die auch mal so ein bisschen wabenartig ausfallen kann. Einfacher wird das Ganze, wenn man sich dann den Stiel anschaut. Der kann nämlich bei der böhmischen Werpel glatt oder genattert ausfallen. Ja, und bei der Käppchenmorchel ist der Stiel typisch körnig. Das kann man hier, denke ich, relativ gut sehen. Gerade im Bereich vom Übergang vom Hutrand zum Stiel ist der Stiel bei der Käppchenmorchel typisch körnig. Ja, und hier haben wir jetzt eine relativ glatte böhmische Werpel erwischt. Die können auch genattert ausfallen. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut mal. Ich habe gerade das Schnittbild bei der böhmischen Werpel gemacht und sie zeigt uns ihr typisches Merkmal im Schnittbild wirklich perfekt. Gerade hier kann man es sehen, als wäre der Stiel wirklich mit Watte ausgestopft. Fühlt sich auch genauso an original wie Watte und das ist eben mit das Kernmerkmal der Werpeln, dass die im Schnittbild eben kammerartig, wattig, hohl sind. Jetzt aber weiter zum direkten Vergleich mit der Käppchenmorchel. Ja, und am einfachsten ist die Unterscheidung zwischen Käppchenmorchel und böhmischer Werpel über das Schnittbild. Könnt ihr die Unterschiede schon auf den ersten Blick erkennen? Ja, fangen wir vielleicht beim Kopfteil an. Das Kopfteil von der böhmischen Werpel ist wirklich nur an der Spitze mit dem Stiel verbunden. Das Kopfteil von der Käppchenmorchel, können wir hier sehen, ist zu einem Drittel mit dem Stiel verbunden. Ja, und ganz, ganz deutlich wird es am Stiel. Warum? Wie schon oft gesagt, das Kernmerkmal von den Werpeln ist der wattig, hohle Stiel. Könnt ihr das sehen? Als wäre der Stiel so ein bisschen mit Watte ausgestopft. Ja, und das Kernmerkmal von den Morcheln ist, dass die komplett hohl sind. Also nichts irgendwie mit Watte und auch nicht voll. Ja, und das können wir hier wunderbar sehen. Ein komplett hohler Stiel. Ja, und so lassen sich diese Käppchenmorcheln und die böhmischen Werpeln sehr, sehr einfach unterscheiden. Und wenn man ein bisschen Übung hat, gelingt die Unterscheidung meist schon auf den ersten Blick. Denn wenn diese Käppchenmorchel diesen ganz, ganz tollen, körnigen Stiel, hier kann man es nochmal sehen, besitzt, ja, dann sieht man schon auf den ersten Blick, dass das eigentlich keine Werpel sein kann. Auch wenn das Kopfteil natürlich so ein bisschen ähnlich aussieht, aber an diesem körnigen Stiel kann man die Käppchenmorcheln relativ leicht auf den ersten Blick erkennen. Ja, ich hoffe mal, dieser kleine Vergleich hilft euch so ein bisschen weiter, die beiden sehr, sehr ähnlichen Arten zu unterscheiden. Ja, jetzt ist mir tatsächlich noch was aufgefallen, was so glaube ich eigentlich nie erwähnt wird, beziehungsweise, ja, worauf nie so ganz eingegangen wird. Und zwar liebe ich den Geruch von den böhmischen Werpeln, ja. Ich richte da sehr gerne dran, weil es einfach so ein toller, aromatischer Geruch ist. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte den Geruch ja eigentlich mal vergleichen. Und da ist mir aufgefallen, dass die böhmische Werpel in der Tat viel, viel intensiver riecht als die Käppchenmorchel. Da würde mich jetzt interessieren, habt ihr das vielleicht auch schon mal gemacht? Konntet ihr die gleiche Erfahrung machen? Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Gerne, wenn ihr schon mal an beiden Arten gerochen habt, eure Erfahrungen zum Geruch von der böhmischen Werpel und der Käppchenmorchel in die Kommentare. Bin ich schon gespannt. Ja, das Hauptziel haben wir jetzt erreicht. Käppchenmorchel gefunden und abgelichtet. Eine böhmische Werpel dazu für den direkten Vergleich. Und jetzt können wir noch ein bisschen den Auwald genießen, einfach so ein bisschen durchs Habitat schlendern. Ja, und uns noch so ein bisschen von der Natur begeistern lassen. Ja, und insgeheim hoffe ich schon noch, dass die ein oder andere Morchel oder Werpel oder vielleicht sogar Lorchel in Form einer Scheibchenlorchel vor die Kamera hüpft. Ja, liebe Pilzfreunde, es ist wieder soweit. Das breite Grinsen in meinem Gesicht ist da. Ich bin hier wieder in einem unbekannten Habitat, das ich bisher nicht erkundet habe. Und bin hier eigentlich wegen den ganz, ganz vielen Pappeln hier rein. Weil ich mir gedacht habe, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Da stehen bestimmt auch wieder irgendwo ein paar ganz, ganz schöne Käppchenmorcheln oder vielleicht böhmische Werpel rum. Ja, und dann bin ich hier rein und habe mir gedacht, wow, da liegt aber ganz, ganz, ganz viel totes Laubholz. Ja, und welche Art mag totes Laubholz im Frühling? Genau, eine Art, die uns noch fehlt. Die Scheibchenlorchel auf Laubholz. Gyromitra Parma. Und was soll ich sagen? Nicht eine, nicht zwei, nicht drei. Nein, auch nicht vier und fünf, sondern ein ganzer Stamm voll mit der Scheibchenlorchel auf Laubholz. Ist es denn zu glauben? Auch für diese Art haben wir Kilometer um Kilometer gemacht, immer sorgfältig alles, was in Richtung Laubholz ging, ganz, ganz genau angeschaut. Ja, und hier jetzt der lang ersehnte Erstfund. Mag jetzt vielleicht nicht so spektakulär wirken, weil die halt wirklich genauso aussieht wie die Nadelholzscheibchenlorchel. Aber es ist ein Erstfund und es ist eine Art, ja, die im Frühling noch ganz, ganz weit oben auf unserer Wunschliste stand. Hier toben wir uns jetzt auf alle Fälle mit Detailaufnahmen aus. Das große Glück ist natürlich, dass es kein Einzelfund ist, sondern dass es hier ganz, ganz viele Fruchtkörper hat. Gerade da vorne, das schauen wir uns jetzt dann im Detail noch an. Ja, und da können wir uns ohne schlechtes Gewissen zwei, drei Stück ernten, Detailaufnahmen inklusive Schnittbild machen. Und dann haben wir auch von der Laubholzscheibchenlorchel demnächst ein ganz, ganz tolles Pilzportrait inklusive Video. Was will man mehr? Ja, ich bin mittlerweile bei der Stelle hier vorne mit den ganz, ganz vielen Scheibchenlorcheln angekommen. Und ich denke, wir zählen sie jetzt einfach auf der Seite mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also wirklich ein sehr, sehr großer, ergiebiger Fund. Ja, und wenn wir die Scheibchenlorcheln da vorne, wo wir gerade gefilmt haben, noch mitzählen, dann werden wir irgendwo zwischen 15 und 20 Fruchtkörpern an diesem einen Standort landen. Und das ist dann schon eine beträchtliche Anzahl. Ja, vielleicht fragen sich jetzt einige, wie schaut es mit dem Speisewert aus? Vielleicht habt ihr es ja schon gelesen. Ist im Prinzip der exakt gleiche Speisewert wie bei der Nadelwaldscheibchenlorchel. Die beiden Arten sind auch eigentlich eins, zwei, eins identisch, werden aber als eigene Arten betrachtet oder beschrieben. Die eine erscheint eben namensgebend auf Nadelholz, die andere ebenfalls namensgebend auf Laubholz. Ja, und die auf Laubholz, wie gesagt, hatten wir bisher noch nie und es ist und bleibt ein Erstfund. Ja, jetzt geht es aber weiter. Ich bin schon wieder, ja, fast schon so ein bisschen euphorisch und bin schon gespannt, was mich hier in dem Wald noch alles erwartet. Ja, liebe Pilzfreunde, jetzt bin ich hier am Waldrand, wollte mir so ein paar ruhige Minuten gönnen, den Vögeln ein bisschen zuhören. Dieses Grün genießen, die Wärme und die Sonne genießen, steige über dieses Stück Totholz. Ja, drehe mich nochmal kurz um, weil ich da vorne den Korb hingestellt habe und schaut mal, was ich sehe. Eine Käppchenmorchel. Wir haben schon wieder ein neues Fleckchen hier in dem Auwaldabschnitt entdeckt, wo die Käppchenmorchel wächst. Ja, und langsam aber sicher glaube ich, nicht nur, dass die ein ganz, ganz starkes Ja haben, sondern, dass ich einfach in den letzten Jahren vielleicht an den falschen Stellen geschaut habe. Ich habe zwar schon immer ganz, ganz fleißig die Pappeln in den anderen Auwäldern kontrolliert, aber vielleicht fühlt sich diese Käppchenmorchel, ja, in diesen anderen Auwäldern nicht so wohl. Kommt da nicht so häufig vor, ist da vielleicht ebenso selten, wie ich sie in den letzten Jahren erlebt habe. Aber hier in dem Auwaldabschnitt kommt die Käppchenmorchel zwar nicht so häufig vor wie die Böhmische Werpel, ist aber doch an verschiedenen Stellen regelmäßig zu finden. Ja, und das freut mich riesig, weil wir hier jetzt einen ganz, ganz großen Auwaldabschnitt haben, der zwar noch relativ unerkundet ist, den wir in den nächsten Wochen und Jahren aber auf alle Fälle ganz, ganz genau kennenlernen werden. Hier werden wir uns in den nächsten Jahren sicher sehr viel aufhalten. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und es gibt halt nichts Schöneres als neu entdeckte Habitate. Gerade die Käppchenmorchel, 200 Meter weiter, bei der übernächsten Pappel wächst die Böhmische Werpel. Hier ein Fruchtkörper, da ein Fruchtkörper. Ja, und ich werde auch in die Pappel rumschauen, ob es vielleicht noch weitere Fruchtkörper hat. Und dann haben wir hier wieder eine Stelle, die wir uns in unserer Karte markieren können und die wir dann in den nächsten Jahren gezielt auf weitere Funde von der Böhmischen Werpel prüfen können. Ja, was heute leider extrem auffällt, ist die große Menge an Zecken, die heute unterwegs sind. Ja, die freuen sich natürlich auch über diese milden Temperaturen. Hier krabbelt schon wieder eine und ich mag diese Bieste eigentlich überhaupt nicht. Ja, Angst ist natürlich fehl am Platz, aber ich habe einen gehörigen Respekt vor denen. Vor zwei, drei Jahren hatte ich mal eine Borreliose. Ja, und es war ehrlich gesagt richtig schwierig, da eine Behandlung zu bekommen. Warum? Ja, der Hausarzt wollte mir nicht glauben, dass das eine Borreliose ist. Dann ist der Ring ja um zehn Zentimeter größer geworden um den Biss rum. Dann bin ich in die Notaufnahme gefahren. Die wollten es mir auch nicht glauben. Wieder eine Woche später war dann der Ring gefühlt einen halben Meter groß. Dann bin ich zum Bereitschaftsarzt gefahren und erst der hat mir dann das nötige Antibiotikum verschrieben. Wenn ihr das gleiche Problem habt, dann kann ich euch nur den Tipp geben, bleibt es da hartnäckig, lasst es euch nicht abwimmeln. Ja, weil normalerweise denjenigen, den es betrifft, der hat da normal ein gutes Gespür dafür, ob es wirklich Borreliose ist oder nicht. Und spätestens, wenn der Ring da ist, dann ist der Verdacht einfach zumindest da, dass es keine normale Hautrötung ist, sondern dass es eben dieses typische Borreliose-Zeichen namens Wanderröte ist. Ja, dieser Auwaldabschnitt ist wirklich ein Hotspot für Werpeln und Käppchermorcheln, sondergleichen. Ja, hätte fast eigentlich schon ausgeschlossen, dass die Käppchermorcheln bei uns so häufig sind. Hier jetzt wieder eine böhmische Werpel, wieder nur 200 Meter weiter bei der über, über, übernächsten Pappel, die ich kontrolliere. Und so sieht es hier überall aus. Ja, man kann im Prinzip von Pappel zu Pappel gehen und bei jeder dritten oder vierten stehen dann Käppchermorcheln oder böhmische Werpeln. Das ist einfach nur wunderbar anzuschauen und das einzige Negative hier im Wald ist, dass die Zeit ungefähr drei oder viermal so schnell vergeht wie anderswo. Ja, und jetzt sehe ich aus dem Augenwinkel, schaut mal, da vorne liegt schon die nächste böhmische Werpel. Ja, und da die Zeit hier eben so schnell vergeht, ja, sind schon wieder drei, vier Stunden um und ich muss die Waldrunde jetzt dann langsam, aber sicher leider beenden. Ja, obwohl ich es wieder nicht geschafft habe, hier den kompletten Auwaldabschnitt zu erkunden. Macht aber nichts. Ich bin heilfroh, dass ich hier wirklich nochmal hergefahren bin. Habe am Anfang mit den Gedanken gespielt, erst nochmal woanders hinzufahren, aber da es bei den Werpeln dann doch schon eher aufs Ende der Hauptsaison zugeht, habe ich mir gedacht, fahrst lieber heute doch hier nochmal her, bevor du dir den Speisemorchel Auwald heute schon vornimmst. Ja, und vielleicht schaue ich da morgen oder spätestens dann nächste Woche noch hin. War auf jeden Fall wieder eine wunderbare Runde. Ja, es hat mit dem direkten Vergleich geklappt und das absolute Highlight ist natürlich der Erstfund von der Laubholzscheibchen Lorchel, bei der ich jetzt noch die Detailaufnahmen machen muss, bevor ich die dann auf verschiedenem totem Laubholzmaterial dann letztendlich ablegen werde. Also eine rundum gelungene Tour, ja, ich habe ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wie so oft in letzter Zeit, ist einfach ein fantastisches Morchel und Werpel und Lorcheljahr. Ja, ich hoffe mal, ihr hattet eine genauso schöne Zeit, konntet jetzt auch viel Zeit im Wald verbringen, konntet jetzt den ein oder anderen schönen Fund machen, ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Ja, und jetzt bin ich doch noch auf eine Stelle gestoßen, die ich euch unbedingt zeigen muss. Hier haben wir jetzt erstmal eine ganz junge Werpel. Ja, und hier gibt es jetzt nochmal so ein kleines Suchspiel. Wie viele Werpeln könnt ihr hier entdecken? Also ich sehe mindestens vier. Ja, und wenn ihr euch so ein bisschen auf das Bild eingeschossen habt und sie gefunden habt, dann zeige ich sie euch noch kurz. Hier drunter die Nummer eins, die Nummer zwei, die Nummer drei und hier vorne die Nummer vier. Ja. 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 Ja.